Da drunter sitzen können wir. Ja komm her Fackel. Wo Fackeln? Ich kann... Fackeln schonmal setzen. Da da da. Da. Kommt hier nämlich in der Mitte raus. Ich glaube hier ist die Mitte. Da. Da kriegst du noch einen hin. Äh ne das passt hier nicht. Da kriegst du da halt noch eine Fackel hin. Dann sollte es eigentlich reichen. Noch was trinken. Twinkle twiddles there. Schau mal. Ich glaub das reicht noch ja. Höhöhöhö. Komm geh rüber. Hupp. So. So 1, 2, 3, 4. Gleich und den und... Jetzt brech mir gleich noch die Beine in diesem Spiel. So. Jetzt sind wir drüben. Den Conveyorbell brauchen wir definitiv nicht mehr. Zack. Was ich brauche ist immer ein bisschen... Marble vielleicht noch. 1, 2, 3, 4. Obwohl da hab ich... Egal ich tu einfach was rein. Ich brauche vielleicht noch was. Bin ich sicher aber es kann sein. Reinlegen sicher haben wir dann. Was vorbereitet? Da ist jetzt natürlich... Okay. Er nimmt nur den passenden Marble raus, den wir nicht brauchen. Das ist... Okay. Wir müssen jetzt ein Schlückchen trinken. Äh. Den kriegen Geschmack. Ach. Jetzt muss ich ja runter. Ich hab auch den Habermord nicht angeschaltet. Weil ich ja ganz stolz darauf bin. So. Hm. Hm. Ah ja. Komm schon hier dran. Stimmt nicht, ne? Ne. Ich komm glaube ich da nicht... Okay. Ich hab auf jeden Fall mal berührt. Äh. Das ist der Grinder. Reicht die? Reicht die? Reicht die? Reicht die bisschen vom Bund? Jawohl. Okay. Wir haben Items. Die müssen jetzt extractet werden. Wir haben Flüssigkeit. Die müssen extractet werden. Und wir haben Strom. Der Insert hat. Und dann haben wir glaube ich auch alles. Weil der ja nur Leder macht und Fleisch. Was machen wir mit dem Zeug denn? Recycler, ne? Würde ich sagen. Komm mal mit dem... Mit... Mit Leather oder Meat irgendwas machen hier jetzt. Ach so mal jetzt ganz ehrlich. Hier Deko-Kraft. Ja gut. Wir können es den Deko machen. Wir können Bandmann kommen irgendwie. Rüstung. Ja. Ah. Rucksäcke. Das hier. Ach das ist okay. Aber wir haben Zombie-Brains. Wir können uns ne schnieke Rüstung machen. Traveller-West. Schick, schick. Da hat die Bock drauf so ne Rüstung zu tragen. Ich weiß nicht, ob ich die mit zusammen kombinieren kann hier. Hang-Glider. Das hier ne Drum. Talk of the Wild. Talk of the Gathering. Ach genau. Hauptsache noch hier so ne... Sache mit Botalen hier machen. Was haben wir denn hier? Fertilizer. Ach das ist Leaf-Cards. Das sind die Handschufe vom Traveller. Handschufe, Handschufe, Handschufe. Ah wir können es... Speichern. Können wir auch mal. Das ist ein Back. Achso das ist ein Back mit. Ender Back. Haben wir so ne Ender Chest. Bei uns ist das hier. Vampire West. Okay. Ich schau jetzt mal sogar durch. Kann man irgendwie noch beraten. Open Blocks. Zombie-Bein. Wir haben viel geguckt. Jetzt schauen was wir so machen können. Wiff, wiff. Mein Hund, der Bild. Äh ne. Okay, dann haben wir noch Meat. 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 Äh. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Und ich geh... Hahaha. Aber wie heißt das denn? Äh nicht Pork Chop. Oder ist das auch Chop? Äh. Hydra Chop. Das Wort Chop. Das ist ja hier von... Von den Schweinen. Das heißt Steak. Und guck ich da jetzt drauf. Minecraft Steak. Minecraft Steak. Minecraft... Minecraft Steak. Ah, dann können wir das. Das ist ein Dorb. Können nur kochen. Ja dann... Können wir das recyceln. Nicht sagen, dass wir das recyceln. Und was andere in der Deep Storage bauen. Da ich ja eh noch ein bisschen brauche. Von der Deep Storage Unit. Jetzt... Und ich überlegen. Reicht das am Platz hier? Ich glaube nicht. Äh. Jetzt muss ich ja mal da hinten dran. Ich will jetzt erstmal eben die... Kabel durchziehen. Hava Mod aus. Ah. Hava Mod aus. Danke. Äh. Item Pipes. Zack. 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 Dann müssen wir ähm... Ding reinmachen. Der uns nur... Weizen macht. Weizen. Weizen. So. So. Ich muss sagen, irgendwas blimmt hier. Aber ich glaube noch so ein Ding. Da brauche ich einen Insert. Hat er noch keinen Anschluss. Das kann eigentlich einen Anschluss kriegen über... über Deep Storage Unit, die sowieso dadurch aber angeschlossen ist. Das heißt, ich könnte das eigentlich... Äh. Dach kriegt das Ding eh nicht. Jetzt kriegt er höchstens ein... Ne. Ein Dach. Brauche ich eigentlich nicht. Dann nehmen wir da draus hier. Äh. Dann lasse ich den da reinlaufen. Äh. Ich mach eben die Heater Wrench. Genau. Ich mach eben die Heater Wrench. Genau. Ich mach eben die... Item Pipes noch weg machen. Äh. Was noch Pipes? Die sind da sowieso für da? Jetzt noch Pipes hab ich nicht. Ich kann alle nochmal machen. Okay. Trinken bringe ich nix. Alles klar. Ich muss jetzt grad mal überlegen. Das soll nachher alles... Beziehungsweise Sludge... Oder bleibt... Oder lass ich das so? Ich könnte das sogar da so lassen. Mein Gott. Was muss ich hier noch machen? Der brennt automatisch... Der läuft automatisch das Stromkabel. Das müsste ich vielleicht noch hochziehen. Oh, ich will... Gut. Ich will sowieso nicht abdenken. Das ist okay. Ähm. Ich will da vielleicht noch da hinten eine Stromquelle machen. Das heißt, ähm... Ich hole mir den... Strom, den ich brauche... Von hinten. Ich muss jetzt grad überlegen, ne? Das ist jetzt... Ich hab das vorher nicht ausgetestet oder so. Wo ich was mache. So. Das machen wir von hier. Haben wir. Damit kommt er locker aus. Der füllt sich gerade. Braucht er auch nicht so viel. Eventuell... Äh... Kriegt er hier noch ne... Zelle zugeschaltet. Obwohl... Ich kann ja noch paar... Äh... Von den Solardingern... Hier anschließen. Jetzt könnte ich gleich noch welche kreffen. Der verliert natürlich jetzt... A little bit Strom. Schau mal hinten. Hinten waren ja noch die... Ach ja, hier sind doch... Der olle Wasserfall, den ich hier noch wegmachen müsste. Jetzt mal eben... So, komm her. Okay. So, du kommst nur mit Strom raus. Okay. Lachen wir weg, bitte. Äh... War der erst mit allen? Ja. Der... Kommt mit allen. Da will ich jetzt zwar nicht mit allen in der Mitte. Das heißt, ich ziehe... Hauptsächlich kommt der eher ja nur... Ja, drüben kommt nur der eine hoch. Das heißt, wir ziehen alles auf... Äh... Den... Strang hier rein. So. Deadblocks. Der Berg kommt auch noch weg. Also hier hinterher kommt vielleicht noch... Noch ein Ding. Ähm... Wo ich mit arbeiten werde. Aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht noch ein Tower. Dass halt diese Towers alle auch Tat... Also selber laufen. Sich selber versorgen können. Und ich dann meine Ruhe habe. Und ihn einfach weiter laufen lassen kann. Dann... Den Chunk-Loader nehmen. Und dann... Jetzt wird... Stromkabel. Itempipes. Okay. Nächste Runde. Äh... Wo bin ich dran? Komm mal. So. Äh... Was? Okay. Ich weiß jetzt nicht wo er dran war, aber... Ist auf jeden Fall... Äh... Irgendwo dran hier. Scheint auf jeden Fall... Äh... Fest entschlossen sein... Über hier dran zu haften. Jetzt habe ich glaube ich missgebaut. Oder hat ein Kabel zu viel. Das ist auf der Anhöhe. Auf der und die kommen. Ah shit. Habe ich von hier... Na gut. Machen wir es dem weg. Damit wir es in den anderen rein müssen. Da sind sie doch. Da sind sie doch. Ja, da sind sie doch... Ja.